Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Testvideo. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, war meine Audioqualität nie so wirklich gut. Das lag daran, dass mein Mikrofon nicht das Beste ist. Nur so zu Info, es hat 14 Euro gekostet. Ich besitzte aber auch eine Canon Leia Mini X, einen kleinen Camcorder, der sehr gute integrierte Mikrofone hat. Ich habe einen Weg gefunden, die Kamera an den PC anzuschließen und in Kombination mit Audacity den guten Ton aufzuzeichnen. Das Ergebnis hört ihr gerade und wenn ihr das mit meinen vorherigen Videos vergleicht, sollte die Audioqualität besser sein. Ich habe diese Aufnahme, aber auch die Aufnahme der vorherigen Videos mit meinem anderen Mikrofon immer bearbeitet, damit es eben noch besser klingt. Vergleicht das mal mit dem letzten Video. Chia LaBeuve ist Illuminati confirmed. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, welches sich besser anhört. Danke!